Die iranische Justiz hat laut eigenen Angaben etwa 100 Anführer der Proteste im Land festgenommen. Zuvor hatten die Behörden bereits mitgeteilt, dass 1000 Demonstranten verhaftet wurden. Viele, die keine Schäden angerichtet hätten, seien bereits wieder freigelassen worden. Der Justizchef des Iran, Ebrahim Raisi, drohte denjenigen, die die Atmosphäre missbraucht, Unsicherheit geschaffen und öffentliches Eigentum angegriffen hätten. Sie und die Hintermänner würden hart bestraft werden. Die Proteste hatten vor einer Woche begonnen, nachdem die Regierung drastische Benzinpreiserhöhungen angekündigt hatte. Raisi kritisierte Präsident Hassan Rouhanis Vorgehen. Der Hardliner ist ein Gegner des Präsidenten. Am Donnerstag gab es in verschiedenen Städten zudem Proteste, die von der Regierung organisiert wurden. Die Demonstranten riefen Slogans wie Tod für Amerika. Der Iran hat durch die Wiedereinführung der US-Sanktionen nach der Aufkündigung des Atomabkommens durch Washington mit großen wirtschaftlichen Schwierigkeiten zu kämpfen. Das war's. Das war's. Das war's. Vielen Dank.